Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Tja, heute mache ich es mir einfach ein bisschen einfacher. Einfach, einfach. Ja, großartig was aufgebaut habe ich jetzt nicht. Nur nochmal hier sparadisch unsere AlphaStrike Box und die Commandos Edition. Ich möchte heute das Gelände von Bernard D. 3D verlosen. Besser gesagt, die Gebäude. Die sind ja alle schön verpackt. Ich hole die nicht nochmal extra raus. Ich muss natürlich noch was oben drauf machen, damit der Transport dann klappt. Und den glücklichen Gewinner werden wir dann gleich ziehen. So, wenn ihr euch wundert, warum es denn nun wieder so ein bisschen blau in der Brille schimmert. Das ist so ein Blaulichtfilter, der ist ja drin. Das ist meine Raumbrile. Brauchte ich gerade zum Lesen und so, weil ich noch was anderes gemacht hatte. Also, jetzt geht es aber definitiv los. Nochmal schütteln. Die Augen sind bereits geschlossen. Und mal schauen, wer heute der glückliche Gewinner ist oder die Gewinnerin. Ich habe ja schon was in der Hand. Ich werde es heute nicht wegmachen. So. Okay. Gewonnen hat Sebastian Otto. Ich weiß gar nicht, ob er den jetzt gerade so schön rankriegt hier. Ja, ja, ja. Sebastian Otto hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Was musst du wieder machen? Ganz einfach. Mir an die E-Mail-Adresse schreiben. An die Kanal-E-Mail-Adresse, die hier eingeblendet ist. Du bekommst dann wieder so eine kleine Aufgabe zur Identifikation. So wie ich das ja letztens immer gemacht habe. Einen Satz lasse ich mir dann einfallen. Natürlich versuche ich auch, lieber nett zu sein und nicht irgendwas. Und so ein, wie sagen die Bayern, Schmarrn, der zu geben. Okay. So. Also melde dich bitte. Und dann geht es auch recht schnell mit dem Preis, dass der zu dir kommt. Am besten gibst du mir gleich noch deine Adresse. Dann, Autos, deine Adresse. Dann kann ich es dann auch schon mal vorbereiten, alles. Okay. Das soll es dann gewesen sein für heute. Viel Spaß mit dem Preis, Sebastian. Ich bereite alles vor. Melde dich. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder am Freitag zur letzten Verlosung im Rahmen des Alpha-Strike-Monats. So. Die nächsten Videos kommen ja sowieso. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf diesem Kanal. Bleibt gesund. Und wir sehen uns auch nicht bald wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.